Das Bad ist inzwischen einer der wichtigsten Räume im ganzen Haus. Hier kann man sich so richtig schön entspannen. Das gelingt natürlich nur, wenn die Optik stimmt. Absolut im Trend sind fugenlose Bäder. Ein wohnlich gestaltetes Bad gehört zum Eigenheim absolut dazu. Immer häufiger nachgefragt, fugenlose Bäder. Weit und breit keine Fliese, eine homogene Einheit. Je nach Kundenwunsch werden die Oberflächen dann ganz individuell angepasst. Die fugenlose Oberfläche bestehen bei uns hauptsächlich aus zementären Materialien, weil diese Materialien natürlich auch geeignet sind, Feuchtraum geeignet sind. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Also diese Materialauswahl, die muss wirklich genau geprüft werden, muss auch abgestimmt werden auf den Untergrund, auf das ganze Bausystem. Also man sieht schon, es ist nicht ganz einfach, aber es funktioniert. Ein Vorteil dabei, die Farbgestaltung je nach Belieben. So seien laut dem Profi bei einem fugenlosen Bad fast keine Grenzen gesetzt. Wer eine homogene Oberfläche für sein Badezimmer plant, der sollte lieber den Experten ranlassen. Sie müssen sich vorstellen, bei uns im Unternehmen, die Leute, die sowas verarbeiten, die haben ein Minimum ein Jahr Schulung, bis das Material so verstanden wird und diese ganze Thematik so im Griff ist handwerklich, dass es auch funktioniert. Also für einen Privatmann selber anzufangen, würde ich jetzt abraten. Zu gering wohl die Materialkenntnisse, wenn man auf dem Gebiet kein Experte ist. Schnell kann es dann zu Schäden kommen, Wasser könnte eindringen und sich folglich dann die Oberfläche lösen. Der Profi jedoch denkt an die elementaren Schritte. Anschlüsse zu ablaufenden, Anschlüsse an Eckpunkten, die müssen natürlich genau geplant werden. Also da ist natürlich wichtig, dass man in so eine Badplanung natürlich von Anfang an mit einsteigt, den Kunden auch dementsprechend beraten kann, ob sowas auch funktioniert. Den Experten also von Anfang an in die eigenen Pläne einbeziehen. Und dann steht einem fugenlosen Bad nichts im Wege. Man geht immer mehr ins Detail bei den ganzen Oberflächen. Am Anfang haben wir die ganz normalen Bettung, Fußböden gespachtelt. Und jetzt sind wir schon in den Bädern drin und probieren immer ständig neues Material aus. Die Oberflächen werden feiner. Man hat mehr Erfahrung und kann jetzt einfach ein bisschen mehr spielen. Die Kosten für eine fugenlose Oberfläche liegen bei etwa 140 Euro pro Quadratmeter. Die Gestaltung selbst hängt vom jeweiligen Bad ab, der Wand und der Raumaufteilung.